Aktuell fische ich den Replikant. Meine Lieblingsgröße ist das 18 cm Modell. Der ist recht schwer mit 90 Gramm. Braucht man da eine sehr kräftige Rute, 80, 100, 120 Gramm. Das ist ein reiner Swimbait. Das heißt, über die Einholgeschwindigkeit reguliere ich theoretisch die Angeltiefe. Wir haben hier gerade ein paar Barschnachläufer mit kleineren Ködern, deshalb habe ich jetzt hier ein Barschdesign genommen. Das heißt, wenn Barsche in der Nähe sind, die werden halt auch ganz gerne von Hechten gefressen. Und deswegen kommt gerade der Perch ran. Beim Führen ist es wirklich so, der wird fast konstant geleiert. Ich lasse ihn meistens zum Boden absinken. Wir haben hier aktuell so eine Wassertiefe von grob dreieinhalb bis vier Meter. Das heißt, ich lasse ihn einmal absinken, beschleunige kurz, dass er hochkommt und jetzt versuche ich ihn über die Einholgeschwindigkeit so zwischen zweieinhalb und drei Meter laufen zu lassen. Es ist eine recht schnelle Köderführung aktuell, weil er ja so schwer ist der Köder. Aber im Augenblick ist es auch so, dass die Hechte sehr aktiv sind. Oh Matze, hast einen? Ja, Matze hat gerade einen. Hoch Führung, Latin,speich rund, ab und 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 ab, Hot Tiger? 3 x 7,5 cm Hot Tiger. Mein Lieblingsmodell, auf Barsch und auf Hecht im Hochsommer perfekt zu führen. Sauber, viel Riemannsinn. So, wir machen jetzt einfach weiter. Der Replikant ist fix und fertig, ihr könnt den so aus der Verpackung nehmen. Der ist sofort einsatzbereit und wir machen noch ein paar Würfel. Ich hoffe, dass noch der eine oder andere Hecht hingleibt. Der Knopf hängt sehr knapp, hängt sehr knapp, gleich weg. So, guck, 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 guck. Ja. Woll. Da ist er. Schön. Replikant Perch. Nur durchgeleiert, war ein knapp 90er Fisch. So, da ist er. Ein schöner 85er Hecht. Wir haben gerade die Stelle gewechselt, sind in so einem Bereich gefahren von dreieinhalb Meter. Da ist der Replikant ein idealer Köder für. Und, ja, sehr schöner Hecht. Design Perch, wir haben halt ein paar Barschnachläufer gehabt und da ist dann halt das Design ideal. Ohja. Der kommt erstmal wieder zurück. Komm her. Jawoll. Sehr schöner Fisch. Ja. 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 Idsit. 5R Max. 5R Max. 5R Max. Sägen. Vielen Dank.